Ja, 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 ja. Ob ich das gewinne, ist halt die andere Frage. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als beim letzten Mal. Er versauts nicht. Er versauts natürlich. Er leckt mich. Heute nicht, nein. Keine Lust. Das ist ein verdammter Hauptmann, der muss gewinnen. So aus Prinzip gewinnen die. Ich soll natürlich auch mal oben gucken, was da so passiert. Ach was. Was soll schon schief gehen, wenn ich meine Soldaten nicht beaufsichtige? Vermutlich das Gleiche, was passiert, wenn ich meine Wegesysteme baue. Scheiße. Ja, der Halt, haltet den schon auf irgendwie. Das da unten ist jetzt viel interessanter. Und gewonnen. Dann sichern wir doch gleich mal wieder. Ich brauche es doch nicht, weil ich sowieso nie lade, aber passt schon. Und wer Siedler 2 jetzt Let's Played ohne zu laden, der ist bescheuert. Das will ich sehen, wie das funktionieren soll. Ich glaube, das Let's Play würde ich mir nicht anschauen. So viel Zeit habe ich dieses Jahrtausend nicht mehr. Gold. Und eine weitere Hütte, die ich jetzt angreifen kann. Kommt da jetzt der Hauptmann raus? Nein, warum der Leutnant? Weil das näher ist, natürlich. Das ist aber der Hauptmann, oder? Jawohl. Was geht da oben so ab? Ich habe einen Unteroffizier verloren, okay. Verdammter Leutnant, geh weg. Würdest du jetzt nicht sagen, dass mein Gefahr deinen Leutnant platt macht. Warum nicht? Sind das Problem nicht? Was, fuck, das hat nichts mehr mit Würfeln zu tun. Das ist einfach nur ein sinnloses Glücksspiel. Na komm. Habe ich jetzt vielleicht mehr Milch gemacht? Uh, vier Barren bringen ein Prozent. Wow, toll. Ein paar Monate habe ich dann mal. Ja, wenn du so viel Gold hast wie die KI, ist das kein Problem. Boah, also im Moment habe ich gedacht, ich habe den da hingeschickt. Aber das war ja so gar nicht. Boah, ich kann auch weiter. Weiter, weiter. Boah, der zieht sich auch noch Truppen ab. Echt jetzt? Äh, apropos Truppen abziehen. Ich hätte mal speichern sollen. Zu spät. Was ist denn da drin? Lass es was Leichtes sein. Ein Hauptmann. Oh Gott. Ja, wir verlieren. Jetzt muss ich langsam aufpassen. Ey, Moment, ist der Kampf weit entfernt? Ja, doch schon ein Stück. Äh, jetzt habe ich gerade ein Problem. Ich glaube, ich darf gleich erst wieder laden. Äh, jetzt bin ich komplett durcheinander, verdammt. Greif ich denn jetzt an? Oh, ein Unteroffizier. Wenn der Leutnant gewinnt, könnte ich gleich nochmal angreifen. Wenn er gewinnt. Oh, der gewinnt sogar. Äh, gewinnst du auch? Ich hätte speichern sollen. Scheiße, den Dreck. Uhu. So, ich kann jetzt. Oh, freien meinen Bruch. Ich habe so etwas viel Besseres entdeckt, als der Brüte. Jetzt muss ich aber erstmal einen kurzen Moment warten, um zu schauen, ob der gewinnt. Ja, gewinnt. Gut, speichern. Speichern, 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 speichern. Speichern, speichern, speichern. Speichern, speichern, speichern. Ich speichere übrigens gerade. Für den Fall, dass ihr alle nicht, weil ihr könnt ja alle nicht lesen und seid geistig behindert. Deswegen muss man euch das so sagen und so. Ich mache da jetzt einen schönen kleinen Durchmachstuhl, ist ein ganzes Reich. Lass da bitte den Hauptmann raus. Oh, ja, der Hauptmann, da liegt ein Brot. Dieses Brot wird kein leichter sein. Dieses Brot ist verdammt hart und alt und schwer. Aber leider kein Gold in der Hütte. Kacke. Und ich habe es auch noch hier drin, oder? Ja, irgendwie schon. Aber hier reiche ich da. Der schickt Obergefreiten, aber warum schickt der den Obergefreiten raus? Ja, ein Gefreiten wärst du jetzt wohl. Ich hätte nochmal speichern sollen, glaube ich. Ich bin skeptisch, ob ich da gewinne. Nicht nachdem mein Gefreiter den Leutnant plattgemacht hat. Puh. So, wo ist mein Soldat? Du läufst in die falsche Richtung, du Idiot. Na, jetzt reduziert es sich langsam. Wir sind fast auf gleichem Niveau. Man merkt, dass er abgesunken ist. Hab ich gelacht. Ich habe keine Emotionen. Ich lache nicht. Ich tue nur so. 505. 505. 505. So, komm. Gefreiter? Was? Was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Oh, da ist ein Leutnant drin. Fick dich, Spiel. Nein, den verliere ich auch. Glaube ich nicht. Wir beschleunigen das jetzt mal ein bisschen. Den wir einfach mal gewinnen. Haben wir gerade so gedacht. Es gab so ein schöner Durchmarsch und ich habe keinen Bock. Heute nicht. Nein. Mal hier ein wenig vorwärtskommen. So, ne? So, die sind jetzt Play am Ende noch 300 Folgen oder mehr. Und die gewinnen. So muss das sein. Ich kann die leider nicht nachbesetzen, aber... Die werden schon nicht angegriffen. Natürlich wird der Wald angegriffen. Machen wir jetzt auch nochmal Gold drin? Nein. Aber wenn Gold für mich heißt, wir hier Gold für den Gegner. Leider ist hier kein Gold. So, jetzt haben wir hier schon mal einen ordentlichen Flecken. Da wird er bald nachziehen. Das ist das Problem. Was käme denn dann so? Ich hätte hier einen Leutnant, der könnte kommen. Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Gucken wir mal, was jetzt so im Angebot steht. Hm. Vielleicht wenn ich das hier angreife. Das wäre natürlich im Rahmen des Möglichen. 506. Wir sichern erstmal. Auf den Sieg müssen wir erstmal sichern. Da habe ich zwei Hauptmänner drin. Ich könnte also mit Zweien angreifen. Da oben kommt er nicht. Das heißt, die kommen schon mal von da unten. Ja, einen Gefreiten können sie durch nachschicken. Das ist... Oh ja. Oh ja. Hier ist immer noch alles voll überfüllt. Sehr gut. Nein, im Prinzip ist das nicht gut. Aber was willst du machen? Und ich schmalze inzwischen Gold. Oh ja. Ich habe bald das erste eigene Gold. Und ich habe auch Kohle dieses Mal. Und zwar nicht... Buh. Ich habe Ressourcen. Das ist die Hülle. Und dank meiner wahren Umstellung kriege ich inzwischen auch die Schilde halbwegs hier weg. Ich hoffe, ihr stopft hier nichts rein. Ihr stopft hier was rein. War ja klar. Aber ihr tragt sie im Normalfall da hoch. Ja. Gut. Wenn sie da gelegentlich ein, zwei Waffen schwerer Schilde verirren, passt das noch. Dann geht das noch. Oh, und dann kann ich gleich noch irgendwo angreifen. Da vielleicht. Oh ja, da. Oder da kann ich dann da angreifen? Ich glaube nicht. Aber warum zieht ihr jetzt seine Truppen ab? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich greife an. Das ist doch ein bisschen idiotisch, jetzt seine Truppen abzuziehen. Ich bin der Vorläufer des Jog... Nein, Moment. Der Jogger gibt es schon ein bisschen länger, glaube ich. Habe ich mal gehört, dass das so sein soll. Habe ich keinen Stein mehr oder kommt der einfach nicht an? Der kommt einfach nicht an. Okay. Habe ich den beim Warntransport nicht ganz hoch gesetzt? Nee, Holz ist ein Stück höher. Was ist denn da drin? Ah. Ich habe ja zwei Versuche von daher. Und ich gewinne beim ersten Mal. Das ist jetzt kaputt. Einnehmen. Komm. Jawohl. Auch kein Gold drin. Scheiße. Ich könnte mir denn das Fluss sichern, der mir auch nichts bringt. Egal, wir fahren einfach mal weiter hier. Voll Angriff. Kann ich hier noch mit irgendwas angreifen? Eine. Das ist wahrscheinlich der da oben. Hier könnt ihr auch nochmal einen schicken. Geh du da erst nochmal rein. Vielleicht kann ich da noch einen schicken. Nö. Gut. Einen. Ich kann auch genau einen schicken danach. Ich versuch's einfach mal. Schick mal den einen hier. Das ist der, oder? Das ist schon mal ein Leutnant. Oh, da ist auch ein Leutnant drin. Ich habe nicht gespeichert. Ah, verliere ich jetzt natürlich. Scheiße. Naja. Nö. Jetzt habe ich keine Lust zum Laden. Ist natürlich schön gewesen, wenn ich das auch noch eingenommen hätte. Das wäre nochmal... So ein Stück Fortschritt. Würde ich endlich mal dieses Lagerhaus fertig bauen. Verdammte Scheiße nochmal. Was fehlt denn dem noch? Stein, ne? Schieb mir das Stein noch eins höher. Ich brauch Stein, verdammt. Da liegt doch der Stein. Trag den Stein. Halt, voll das Fenster. Auch schon wieder falsch. Schade, sieh das nicht eingenommen worden. Wenn ich das hier auch noch einnehme, könnte ich es zusammenschließen. Was habe ich noch so als Nachschub? Sechs. Also, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Da brauche ich auch noch welche. Ich habe fünfzehn. Könnte funktionieren. Wir warten jetzt erst mal den Kampf ab. Oh! Ja, den werde ich bestimmt gewinnen. Passt auf. Wenn ich den gewinnen werde. Aber so richtig werde ich den gewinnen. So richtig überhaupt nicht. Okay, dann marschiere ich. Ich könnte hier einmaschieren. Dann kann er da nicht mehr nachsorgen. Wo kommt denn der vierte dann her? Da kommen drei her. Da kommt einer her. Und da hinten? Hä? Weil das Fenster aber passt. Moment, was kommt da raus? Und der Offizier. Ja, schick mal drei, komm. Ich habe immerhin 26%. Ich brauche wirklich vier Baren pro Prozent. Ich glaube es nicht. Wo läufst du rum? Willst du angreifen? Nein, du bist angreifen. Moment mal. Das ist gerade unbeschützt. Das fängt schon wieder toll an hier. Das verliere ich schon mal. Warum greift der mich jetzt an? Ich greife hier an, du Arschloch. Du kannst mich nicht hier auch noch angreifen. Das geht. Ja, und das verliere ich auch gleich noch. Oder was? Nein, könnte ich sogar noch gewinnen. Ja, gewinne ich sogar noch. Ich sollte mal sichern, weil der Gelegenheit. Und hier will diesen ganzen Leutnants her. Und warum hat der schon wieder Hauptmänner? Der darf keine Hauptmänner haben. Nur ich darf Hauptmänner haben. Es reicht auch, wenn ich Hauptmänner habe. Was soll der Unsinn? Komm schon, speichern. Gewinnt ihr mal. Was glaubst du denn? Ja? Ist ja wunderbar. Ja, da ist ein Obergefahr, der jetzt erstmal rausgekommen. Toll. Auch noch ein Leutnant. Ist ja schön. Ja, wunderschön. Und wir verlieren natürlich schon wieder einen Leutnant. Ach, leck mich doch. Aber wie gesagt, gewinnen wir da oben gegen den Leutnant. Und das ganze System ist so absurd. Einmal würde ich doch gerne da unten noch das Wachhaus gewinnen. In diesem Wachhaus gewinnen. Also so ein bisschen. Ein bisschen wenigstens. Gewinn einfach mal, ja? Ach du Scheiße. Was ist das hier für ein Schaulauf? Nein. So sieht es nicht aus, wenn du mir gewinnst. So sieht es normalerweise aus, wenn du verlierst. Ja, du verlierst, ne? Leck mich. Dafür bin ich momentan nicht in Stimmung. Wo geht's denn weiter? Ach, da geht's weiter. Hoffentlich war das nicht schon zu früh. Äh, zu spät gespeichert. Ach komm schon. Gewinn halt einfach. Ist doch alles, was ich von dir will, dass du gewinnst. Hm? Ist das so schwer? So viele Soldaten habe ich nicht, um das alles nachzuproduzieren. Und da mein Wegesystem schon wieder tot ist, wird das wohl auch dieses, dieses, diese Missionen über nichts mehr werden. So, wo haben wir denn noch einen Kampf gehabt? Der war irgendwo hier. Wieso greift der mich jetzt an? Er hat alles einmal seine Wachhäuser wieder voll besetzt. Also ich meine, ich finde es nicht schlimm, dass er es nicht voll besetzt hat. Ich finde es schlimm, dass überall Leutnants drin sind und die jetzt schon wieder verlieren. Das gibt's doch nicht. Ich verliere doch, oder? Nö. Wie es aussieht, habe ich doch nicht verloren. Na komm. Bis der Emulator wieder abstürzt. Oder das Spiel. Oder alles. Und alle Savegames sind weg und ich muss die ganze Mission nochmal von vorne spielen. Nein. Nö, es war noch rechtzeitig gespeichert. Müssen wir das jetzt bitte mal einnehmen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, aber auch meine Ungeduld hat Grenzen. Ja. Jawoll. Oh, das ist nicht so schwer. Du gewinnst es auch. Wunderbar. Ah, ich habe ja noch einen dritten losgeschickt. Oder noch einen zweiten losgeschickt. Also, ich habe unten noch ange... Oder? Den habe ich komplett vergessen, den Typen. Da war ja noch was. Ach, nicht so wichtig. Den habe ich eh verloren, glaube ich. Nehme ich an, wahrscheinlich. Ich habe eine Sicherung. Ich habe eine Sicherung, was? Moment. Ich meine, ich habe den noch irgendwo angegriffen, oder? Oder nicht? Habe ich schon verloren? Ja, ich glaube schon. Ja, doch. Ich glaube, ich habe verloren. Warum ich da jetzt genau angegriffen hatte? Ist da Gold drin? Nein. Ja. So. Dann haben wir mal die guten Soldaten noch raus. Oh, mein Ding ist endlich fertig. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Nein. So, überhaupt nicht. So, jetzt ist hier schon mal alles angeschlossen. Können wir hier noch einen abkürzenden Weg bauen. Sollte ich mal gucken, was meine Soldaten so machen, bevor ich hier gleich wieder laden darf. Und diesen scheiß Weg nochmal bauen darf. Ach was. Was soll schon schief gehen? Alles? Könnte hinkommen. Aber es wird schon nicht passieren. Oh doch, das wird es. Allein schon, weil ich nicht aufpasse. Allein schon deshalb. Nein. Oh, es ist endlich fertig. Boah. Das ist ein Wunder geschehen. Das Ding ist fertig geworden. Und ich gewinne am laufenden Band jetzt hier oder was? Finde ich gut. Ich finde gewinnen gut. Ist viel besser als verlieren. Andere sehen das zwar anders, aber... Seit wann interessiert mich, was andere denken. So weit kommt es noch. Na komm. Komm, 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 komm. Hier ist langsam auch ein Haufen Platz für einen neuen Farmer. Sehr schön. Das ist doch einfach mal schön. Habe ich jetzt doch irgendwas in meinem Schloss? Keine Leutnant auf jeden Fall mehr. Na, da ist schon wieder ein Hauptmann drin. Geil. Hmm, scheine ich aber nicht angreifen zu können von hier aus. Fug you. was ist da drin nichts nichts was brauchbar wäre scheiße was könnte ich da noch mal ansetzen so jetzt lagert er ganz viel ein und hört auf hier oben alles lang zu pfuschen ihr pfuscher unterwegs die baustellen langsamer fertig ist auch schon was schönes und ich habe schon 28 prozent und kann ich hier noch ein farmer hinbauen und ich kann auch noch wegen dingsbums da bringt der mama noch ein wenig eis damit er mir eine spitze hacke machen kann ja ich denke da kann man es bauen ja das geht schon noch gucken wo ich das anschließend da perfekt gewinne ich oder verliere ich gewinne ich habe aufgeholt so